Hallo und herzlich willkommen. Heute begrüße ich euch zu einem neuen Video und es geht mal wieder um meine Gardinen. Ihr habt mir alle ganz tolle Kommentare hinterlassen, dass ich Magneten nutzen soll oder Saugknöpfe. Und das habe ich tatsächlich auch jetzt gemacht. Ich habe mir welche bestellt im Internet. Die waren gar nicht teuer. Ich glaube, 10 Euro oder so. Hier sind jede Menge drin. Das sind, glaube ich, einfach ganz normale Magneten. Die haben jetzt nicht so große starke Kraft, aber das reicht vollkommen, um meine Gardinen zu befestigen. Ja, das wollen wir gleich mal probieren, weil ich habe mir gedacht, das ist tatsächlich mit dem Kleben. Das funktioniert gar nicht. Das habt ihr ja im ersten Video gesehen. Und mit dem Magneten kann ich es einfach schnell wieder abmachen. Das ist gar kein Problem. Wenn ich die Gardinen nicht möchte, geht es einfach leicht abzumachen und zu verstauen. So, dann fangen wir mal an. Genau. Wie gesagt, hier meine schönen Gardinen in Weiß. Ist vielleicht nicht die praktischste Farbe fürs Camping, aber ich möchte es schön hell, damit das Auto auch groß wirkt. Und deswegen hatte ich mich für Weiß entschieden. Ja, ich mache die jetzt einfach mal hier reihum fest. Vielleicht reichen einfach schon vier Magneten. Ich werde das einfach mal probieren. Zack. Halt. Andere Richtung. So. Und einmal hier noch. Genau. Und dann werden wir mal schauen, ob das Ganze funktioniert. Okay. Jawohl. Hier oben hält es schon mal. Hier unten. Und einmal hier. Vielleicht müssen wir es noch ein bisschen hochschieben. Okay. Genau. So. Vielleicht fehlt noch eine, die wir hier anbringen können, damit es noch ein bisschen mehr Stabilität für hier oben gibt. Die Fläche ist halt eben auch ein bisschen rund hier. Das heißt, ja, muss man schauen, wo man die Magneten anbringt. Aber prinzipiell, ich glaube, das erfüllt seinen Zweck. So habe ich mir das vorgestellt. Genau. Und lässt sich natürlich auch ganz leicht wieder abtrennen. So. Und dann wäre die Scheibe wieder frei, volle Sicht. Und die kann ich einfach verstauen. Genau. So. Dann machen wir mal weiter mit den anderen noch. Das sollte ja hier genauso einfach gehen. Genau. So. Und dann habe ich natürlich den perfekten Sichtschutz. Wenn ich dann auf dem Campingplatz stehe und meine Ruhe möchte, bin ich prima geschützt. Keiner kann reinschauen. Wunderbar. Man hätte natürlich die Magneten auch einnähen können. Diese Tipps habt ihr mir aufgegeben. Fand ich auch eine klasse Idee. Aber das war jetzt, weil der nächste Roadtrip schon geplant ist, war mir das ein bisschen zu viel Aufwand. Deswegen habe ich mich jetzt einfach hier für die schnelle Variante entschieden. Und auch hier hält es super. Perfekt. Wunderbar. Ups. Ja, naja. Die Gardinen sind natürlich jetzt da, also haben die Größe, dass ich die eigentlich ans Fenster kleben wollte. Das heißt, vielleicht könnte man die beim nächsten Mal ein bisschen größer nähen, damit man einfach hier ein bisschen Spielfläche hat mit dem Magneten. Aber so sieht das schon mal gut aus. Wir gehen noch auf die andere Seite. So, genau. Schauen wir hier nochmal. Eins, zwei, drei, vier. Wunderbar. Zack. Und zack. Ja, die haben hier so eine kleine Zwickle. Also die ist wirklich sehr stabil. Da rutscht nichts raus. Also wunderbar. Genau das Richtige, was ich benötige. So. Okay. Dann auch hier einmal. Ups. Und dann hier unten. So. Ja. Das muss jetzt auch nicht alles Ecke auf Ecke sein. Hauptsache, man kann nicht reinschauen. Das ist mir ganz wichtig. Und die letzte Gardine bringe ich auch noch an. Und dann zeige ich euch, wie schön verdunkelt man hier drin liegen kann. So. Ah, die brauchen wir hier unten. So. Okay. Hier. Ach, die scheint sogar ein bisschen größer zu sein. So. Okay. Prima. Das hält. Dann machen wir die noch schnell an. Tadda. Fertig ist meine kleine Wohnstube. Ja, super. So habe ich mir das vorgestellt. Das ist genau das Richtige. Geht schnell abzumontieren. Und bietet mir den nötigen Sichtschutz, wenn ich dann schlafen möchte. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank für diesen tollen Tipp. Wirklich. Ich bin richtig begeistert. Und habe nicht mehr den Ärger mit dem Leim und dem Fenster, wo alles verklebt ist. Dankeschön. Tschüss. Danke. Dankeschön. Danke. Vielen Dank.